so tag nummero 24 wir haben es geschafft meine freunde erster regentag der tag muss ja mal kommen dass wir auch mal hier im regen laufen so sagt an und dann geht die reise los so guck mal ob alles post heute mal nur kurz und stream mal so viel werde ich jetzt hier nicht im regen laufen leute so genau mein gott einfach die technik hier jetzt komme ich mir noch dämlicher vor hier im regen so wie geht es euch meine freunde wir warten mal ein bisschen bis der chat anläuft ach man jetzt ist ja nicht verschmiert naja müssen auch mal durch müssen wir auch mal durch so mal gucken ob wir heute auf eine stunde kommen oder nur eine dreiviertel stunde denkt mal lange machen wir das hat davor richtig krass doll geschüttet jetzt ist ja einigermaßen nur ein bisschen am nieseln aber wir gucken mal ich hoffe es bleibt so oder hört ganz auf wäre natürlich geil so na gut gerne heute mal den bürgerladen testen was heißt testen oder man bürger futtern wenn mein stamm in bisschen schaufe der teute offen bei dem wetter wenn er nicht offen hat ja dann fisch dann ist so gut denn mal gut durch bei jane einfach einfach alles regen hier leute aber finde ich gut dass wir auch mal jetzt im regen bisschen bisschen streamen das ist eigentlich immer nur sonnenschein sein aber der ist auch hochsauer twitch twitch kinder 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 so manchmal fühle ich mich echt wie montana oh nein jetzt 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 ist alles baum morgen bin komplett nass ja und ich laufe jetzt hier draußen aber hatte einigermaßen aufgehört ein bisschen nieselregen noch aber wir gucken mal die challenge bedeutet ja nicht bei schlechtwetter kein stream aber wir machen heute auch nur eine stunde wenn wir überhaupt auf eine stunde kommen mal gucken vielleicht auch nur 45 minuten ich glaube ich glaube ich laufe jetzt ist einigermaßen trocken ist vor 15 minuten hat es noch richtig geschüttet aber wir gucken mal wenn es jetzt doller wird dann gehen wir zum dingsladen gleich direkt essen den bürger und dann gehen wir wieder nach hause dann kommen wir vielleicht auch eine halbe stunde oder 40 minuten keine ahnung müssen ein bisschen langsamer essen so sagt doch mal onlyfans moin impus onlyfans ja ausruhe zeichen onlyfans da kommt der link von impus kanal nein spaß ist das aber sauwetter ey richtig katastrophe ist doch schön auch mal so einen regen stream zu haben in der challenge gehört doch dazu das sieht immer alles so schön aus IL nur im sommer im 30 grad und sonne kann man wenigstens sehen ja ich bin auch bei bei regen draußen aber überlegt mal tag 24 und das ist der erste regen stream ne ey wir sind ja auch wirklich gut durchgekommen ohne regen keine okay ja 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 Vielen Dank.